Heute Morgen, druckfrisch aus der Presse, mit ganz lieben Grüßen an die beiden Herrschaften. Der hat euch sauber verorscht. Und wenn ich verorscht sage, dann mein ich auch verorscht. Und der Jürgen Vogel hat euch beiden Hirnakrobaten nach Strich inklusive Faden verorscht. Verstehst du? Der lacht sich jetzt eins über uns drei, nämlich mich inklusive respektive. Und wisst ihr, was ich nicht leiden kann? Ha, was kann ich wohl nicht leiden, ne? Wenn man über uns lacht? Ihr würdet ein Diplom ausstehen, wann ihr jetzt da hättet. Ja, aber sowas kann ja passieren. Also, denken Sie doch mal an die Hitler-Tagebücher, ne? Und, haben wir etwa die Hitler-Tagebücher abgedruckt? Ja, nein. Hier, noch was saulustiges! Dein Nackertorch auf dem Öhring von Vladimir Klitschko! Ich find's zum Todlachen! Ist das nicht lustig, ha? Hauen wir's raus! YouTube, Ebay! Sag mal, ich kann's was anderes. Wie ist denn eigentlich die Verhandlungen gelaufen? Nein, die hat mir 300 Sozialstunden aufgebrummt. 300 Sozialstunden für die Labalie. Sag mal, hat die alten Risse im Arsch? Der was? Da muss man halt ein bisschen reduzieren an der Freizeit, verstehst du? Ein bisschen vom Gas gehen! Weil deine Bummshaserl... Bummshaserl ist gut, oder? Und jetzt geht ihr zwei raus, ja? Und nicht wie eigentlich disponiert der Stefan und der Lukas und ihr zwei fotografiert mir diese depperten Volksmusikanten-Schichtel. Ist das klar? Geht sofort! Geht sofort!